Hallo, ich fange für euch ein bisschen den goldenen Oktober ein. Ich habe gerade Mittagspause und wir haben hier in unserer Einrichtung einen wunderschönen kleinen Park, wo ich jetzt spazieren gehe und ja, spontane Idee, Natur tut gut. Ich hoffe, es gefällt euch. Ganz liebe Grüße, die Doris. Also dieser wunderschöne Baum, da kann ich mich gar nicht satt sehen. Als junges Mädchen wäre ich da schon draufgeklettert. Toll. Guck doch mal. So was brauchen wir, wenn die Tage trüb sind. Regen und Schnee, wenn das dann kommt. Dann schauen wir uns ein Video wieder an. So. So. Musik 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 Musik